Wenn ich vor der Wahl stehe und mich für ein einziges Objektiv entscheiden müsste, welches würde es sein? Wäre es ein Prime-Lens oder ein Zoom-Objektiv? Und ich glaube, die Hand wird nicht eigentlich schon klar auf der Hand, aber welches eigentlich würde ich jetzt da empfehlen? Und das besprechen wir bei diesem Video. Also fangen wir an. Servus Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video. Also, jetzt kommen meine Erfahrungen und welches Objektiv würde ich eigentlich empfehlen, wenn ich vor der Wahl stehen würde, eins kaufen zu müssen, beziehungsweise ich kann nur eins besitzen. Und warum ich mich dann dafür entscheide? Also erstmal, es ist hier das Sigma 24-70mm. Das ist ein sehr, sehr tolles Objektiv. Und natürlich würde ich mich für ein Zoom-Objektiv entscheiden. Das ist, glaube ich, klar auf der Hand, weil hier, das ist das Sigma 85mm Prime-Lens mit einer Blende von f1.4. Alles Vollformat-Objektive. Wie schon gesagt, das ist eine Festbrennweite. Und bei einem Zoom-Objektiv hast du halt die Möglichkeit, reinzusoomen und rauszusoomen. Und das kommt halt drauf an, ob es für Videos oder Fotos sind, aber eigentlich bildet das in dem Fall eigentlich keine Rolle. Es gilt eigentlich sowohl für Fotos als auch für Videos. Also, wir haben erstmal hier bei der Sigma die Range 24mm und 24mm ist ein APC 16mm. Zum Beispiel die Sigma 16mm f1.64, also 24mm ist ein sehr beliebtes, ein sehr beliebter Bereich. Ich glaube, da kann man fast alle möglichen Arten von Videos und Fotos damit aufnehmen. Und dann haben wir hier die 35mm. Das ist auch zum Beispiel sehr, sehr cool bei Straßenfotografie oder auch bei Hochzeitsfotografie. Und wir haben hier noch die 50mm. Und die 50mm wären zum Beispiel, das ist das, was das Auge sieht. Und das wäre auch zum Beispiel sehr, sehr gut bei Food-Fotografie, was ich letztens gemacht habe bei einem Café. Hier sind ein paar Bilder. Das habe ich eigentlich nur mit 50mm aufgenommen, außer, ich sag mal, ein paar Porträts. Da wollte ich viel, 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 viel mehr Bokeh haben. Das habe ich dann mit der Sigma 85mm gemacht. Und wenn es ein bisschen weiter sein muss, habe ich hier noch die 70mm. Das ist auch noch sehr, sehr gut. Und vor allem, wer zum Beispiel die Sony A7 IV besitzt, und ich glaube, bei der Sony A7C II ist es jetzt auch so. Ich bin jetzt ein bisschen verunsichert. Können wir, was das Thema Videos angeht, und zwar in den APS-Crop-Mode. Das heißt, wir haben hier ein Zoom-Objektiv von 24-70mm. Und wenn wir dann den APS-Crop-Mode einschalten, geht das Ganze bis 105mm, weil wir halt den Crop-Mode haben. Und das ist sehr, sehr zu empfehlen. In Sachen Fotos, da sinkt die Kamera auf 15 Megapixel. Kann man auch machen für Social Media, reicht das Ganze auch noch aus. Aber ich sage mal, wenn es für Kunden ist und 15 Megapixeln und nicht gerade ein Shot, der extrem wichtig ist, würde ich jetzt nicht den Crop-Mode da einschalten. Natürlich. Also, wenn wir jetzt das Ganze vergleichen, sagen wir mal jetzt, das wäre hier ein 35mm Objektiv, ja, Festbrennweite. Und ich stelle das hier auch auf 35mm ein. Hier bei einem Zoom-Objektiv ist klar, dass bei einer Primelance die 35mm besser sind, weil die ist komplett nur auf die 35mm ausgelegt und man hat auch meistens eine bessere Blendenöffnung bei einer Festbrennweite. Aber ich sage mal, für Einsteiger, für Leute, die aus Kleingeld achten oder noch lernen, ist ein Zoom-Objektiv sehr, sehr nutzvoll und auch vorteilhaft. Ich meine, wer will die ganze Zeit erstmal drei Objektive mit sich rumschleppen und es ist halt teuer. Ich meine, das Objektiv von Sigma, das war, glaube ich, ich weiß es gar nicht, 800 Euro. Das ist sehr teuer und wenn man sich das Ganze auch noch von Sony anschaffen würde, ich meine, das Sigma 24-70 gibt es auch in der Sony-Variante. Ich weiß nicht, was sie kostet, aber Sony-Objektive sind immer teurer. Aus diesem Grund greife ich gerne zu Third-Party-Objektiven, Sigma, Tamron zum Beispiel, obwohl Sigma macht wirklich sehr, sehr gute Objektive und vor allem als Beispiel, natürlich, wenn du als Hochzeitsfotograf unterwegs bist und du zum Beispiel gerne mit einer Primelance fotografieren möchtest, 35mm oder 50mm, natürlich, das ist sehr, sehr gut. Aber es kommt immer darauf an, welche Art von Hochzeit fotografierst du? Also, welche kulturelle Veranlagung ist dort vertreten? Nehmen wir mal als Beispiel türkische, also türkisch-tradizienten Hochzeiten an. Das habe ich jetzt zumeistens so fotografiert. Da geht es immer alles sehr schnell. Ja, da gibt es zum Beispiel, dass man die Braut abholen geht. Da musst du schnell sein und da musst du auch mal zu Hause, weil die Braut von zu Hause abgeholt wird. Da ist es meistens auch klein, nicht jeder hat ein Schloss, sage ich mal, als Wohnstätte. Und da ist es schon Vorteil, dass du ein Zoom-Objektiv hast und auch 24mm weit gehen kannst, weil du nicht damit 50mm gute Fotos machen kannst, weil du halt keinen Platz hast oder weil du extrem schnell flexibel sein musst. Ja, und deswegen eignet sich eigentlich sozusagen ein Zoom-Objektiv viel, viel besser an bei bestimmten Art und Weisen einer Hochzeit. Bei europäischen Hochzeiten, sage ich mal, jetzt in Deutschland vertreten, also ich sage mal jetzt kulturell-europäisch ausgelegt, da hast du meistens, also es gibt Momente, da hast du mehr Zeit, um einen Shot zu machen oder du hast mehr Freiraum. Und das ist, sage ich mal, jetzt bei türkischen Hochzeiten, wo es viele, ich sage mal, Meilensteine gibt, während der Hochzeit hast du nicht die Zeit. Und das ist halt das Problem. Und deswegen ist ein Zoom-Objektiv eigentlich nicht besser. Oder du bist zum Beispiel Content-Creator, da reicht ein Zoom-Objektiv vollkommen aus. Du brauchst eigentlich keine Prime Lens. Prime Lens ist, sage ich mal, wirklich, du machst das vielleicht kommerziell, ja, du verdienst damit Geld oder du hast eine gewisse Leidenschaft dahinter, dann natürlich ist Prime Lens oder du möchtest einfach hobbymäßig dein Arsenal erweitern. Auf jeden Fall, ich würde es vermissen, keine Prime Lens zu benutzen. Vor allem hier das Sigma 85mm für Portraits und so weiter mit einer Blendenöffnung von F1.4 ist für mich eigentlich nicht wegzudenken und ist für mich auch sehr, sehr vertreten. Aber ich sage mal, 90% meiner Zeit nehme ich hier mit der Sigma 24-70 auf. Ich habe noch das Sony 16-35mm G Master 1, ja. Das 2K-Mails vor kurzem raus, ist auch ein tolles Teil, ist kleiner, ist teurer und wiegt etwas weniger, ja. Aber sonst eigentlich fast alles das Gleiche. Der Upcode eigentlich lohnt sich nicht. Nur mal kurz ein anderes Objektiv hier erwähnt. Das gibt es noch in Tamron 28-75mm und auch in der Sony Variante, schon wie bereits erwähnt. Ich persönlich finde, das von Sigma ist sehr, sehr gut und kann das wirklich nur allen Herzens empfehlen. Und wenn du Fragen hast zu den Objektiven oder sonst irgendetwas, dann lass es mich gerne wissen. Und falls ihr mal Lust habt auf BTS, also Behind the Scenes, ich habe da so einige Aufnahmen jetzt vor dem Food-Shooting zum Beispiel. Wenn ihr da was sehen wollt, gerne auch in die Kommentare posten. Ansonsten habe ich nichts weiter zu sagen und würde mich für ein Like und ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei den nächsten Videos. Macht's gut, Eoselo. Bis dahin. Ciao.